Hallo und herzlich willkommen liebe Lumion Anwender. Mein Name ist Frank Schröer mit einem ersten kleinen Tutorial zu Lumion 6, in dem es um das Thema Modellupdate gehen soll. Erstmal möchte ich grundsätzlich erklären, wie das Modellupdate funktioniert und zum Zweiten möchte ich Ihnen kurz zeigen, dass sich das Menü bzw. der Workflow dieser Funktion gegenüber der Lumion 5 ein ganz kleines bisschen geändert hat. Nämlich 99,9% der Menüführung von Lumion 6 sind gleich zu Lumion 5.7, nur diese kleine Funktion hat sich halt geändert. Modellupdate. Wenn wir ein 3D-Modell als SketchUp, als Collada, FBX und so weiter in Lumion importiert haben, dann wird dieses Modell, was wir hier im Lumion dann zur Verfügung haben, in die importierte Datenbank importiert. Das heißt, die importierte Bibliothek, das ist das und dann haben wir hier unser neues Modell. Das heißt, die importierte Datenbank, die öffne ich hier über dieses Icon. Importierte Objekte auswählen, importierte Datenbank auswählen, dann sehen wir alles, was wir importiert haben. Und alle neuen Projekte bzw. alle neuen Objekte können hier und werden hier angezeigt. Lumion ist es eigentlich egal, ob ein importiertes Objekt aussieht wie ein Haus oder aussieht wie ein Stuhl oder ein Tisch und so weiter. Sie können auch Ihr Interieur und Exterieur mit verschiedenen Modellen aufstocken. So, diese Modelle haben aber immer eine Kopplung zu ihrer Ursprungsdatei. Das heißt, wenn wir eine Collada-Datei im Lumion importiert haben und das importierte Modell hier sichtbar ist, dann weiß dieses importierte Modell immer noch, wo seine Ursprungsdatei liegt. Und das machen wir uns für das Update zunutze. Dieses Modell weiß natürlich auch, wo ist meine Ursprungsdatei. Und wenn wir diese Ursprungsdatei verändern, weil in der CAD sich irgendwas geändert hat, dann müssen wir dieses Modell hier einfach nur updaten und dann haben wir alle Änderungen übernommen. Gut, wie ist der grundsätzliche Workflow von der Menüführung? Der ist eigentlich ganz simpel. Man hat sich dazu entschlossen, den gleichen Workflow zu nehmen, als wenn wir auch andere Objekte ändern. Ich sage Ihnen kurz, was ich damit meine. Ich ändere mal hier die Objekte zum Bereich Natur. Jetzt habe ich hier Natur ausgewählt. Wenn ich jetzt diesen Baum ändern möchte, zum Beispiel in Herbstlaub, dann brauche ich nichts anderes tun, als hier Eigenschaften ändern wählen, den Baum aktivieren. Und jetzt habe ich hier das Menü, mit dem ich den Baum verändern kann. Den gleichen Workflow machen wir auch bei unseren importierten Objekten. Ich schalte hier einfach um auf importierte Objekte. Ich wähle wieder Eigenschaften ändern, wähle aber jetzt hier mein Haus. Und jetzt sehen Sie, jetzt hat das Haus seinen türkisen Rahmen bekommen. Das Modell ist ausgewählt. Und jetzt kann ich hier diesen Modell aktualisieren Schalter wählen. Wenn das Modell nicht ausgewählt wäre, wäre der Schalter zwar auch da, aber ich bekomme den Hinweis, Modell aktualisieren bitte nur ein Modell vor der Aktualisierung auswählen. Also das machen wir jetzt. So. Und jetzt ist der Aktualisierungsschalter aktiv. Ich werde mit Ihnen mal ganz kurz das Modell jetzt aktualisieren. Das ist die Datei, die ich gerade importiert habe. Das heißt, dieses Modell hat eine Kopplung zu dieser Datei. Das kann ich mir auch angucken. Wenn ich hier auf den Anfasser zeige, dann wird mir diese Kopplung auch angezeigt. So, jetzt passiert Folgendes. Die CAD hat das Modell geändert und ich nehme jetzt einfach mal hier diese Variante 2. Und, hoppsala, das sollte ich nicht machen. Das sollte ich machen. Und ich überschreibe jetzt einfach von der CAD die einmal schon exportierte Datei mit der neuen Version. Das wird jetzt einfach überschrieben. Und fertig. Gut. Hier hat sich noch nichts geändert. Es sieht immer noch genauso aus. Aber sobald ich jetzt hier den Modellaktualisierungsschalter drücke, wird das Modell jetzt neu eingelesen und aktualisiert. Und damit habe ich jetzt genau den gleichen Stand, wie die CAD es exportiert hatte. Also, einfach, wenn Sie neue Versionen aus Ihrer CAD exportieren, einfach die alte Exportdatei immer überschreiben mit der neuen Version und hier das Modell auf Aktualisieren klicken. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, Modelle auszuwählen. Nicht unbedingt über die Eigenschaften. Wir können auch noch was anderes machen. Ich hebe mal die Aktualisierung wieder auf. Und wir haben auf der ganz rechten Seite hier unten einen Schalter, der heißt Control. Hier steht Auswahl über Box. Das heißt, wenn wir die Control-Taste drücken, ich mache das mal. So, jetzt ist dieser Schalter aktiv. Und jetzt können wir hier einfach eine Auswahlbox aufziehen. Und sobald jetzt ein Anfasserpunkt von einem Objekt in dieser Auswahlbox erfasst wird, wird das Modell markiert. Und auch jetzt können wir das Modell aktualisieren. Also, das ist die zweite Möglichkeit, Objekte auszuwählen, neben der gerade gezeigten Eigenschaften ändern. So, jetzt nehme ich das auch wieder weg. Und jetzt passiert Folgendes. Ich möchte gar nicht, dass das Modell auf seine Ursprungsdatei, ich zeigte Ihnen nochmal eben, auf seine Ursprungsdatei Rocholumion 3 DAE zurückgreift, sondern ich möchte, dass das Modell auf eine andere Datei als Ursprung zurückgreift. Weil ich habe vielleicht den Wunsch, mal zwischen Variante 1 und Variante 2 immer hin und her zu springen. Das geht natürlich nicht, wenn ich die Ursprungsdatei immer überschreibe. Also, was mache ich dann? Ich wähle einfach die Alt-Taste, weil hier, wenn ich hier drauf drücke, beziehungsweise nur die Maus drauf liegen lasse, dann bekomme ich den Hinweis, ja, wir können jetzt das Modell aktualisieren, aber die Alt-Taste bitte gedrückt halten, wenn der Dateiname oder und sich die Lage geändert hat. Also, ich drücke die Alt-Taste jetzt mal. Sie sehen, jetzt haben wir hier ein anderes Symbol. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Schalter drücke, dann bekomme ich jetzt die Frage, welche Datei soll denn jetzt die Grundlage für das 3D-Modell sein. Ich wähle jetzt hier mal, ich wechsle mal zwischen Variante 1 und 2. Ich wähle jetzt mal hier Variante 1 und wähle jetzt diese Collada-Datei aus, bestätige das, warte ein bisschen und jetzt wird die Datei einfach wieder zurück hereingeladen. Und fertig. So, jetzt habe ich die Variante 1, kann jetzt die Bilder rechnen, die Filme rechnen und so weiter, was ich damit machen möchte. Und dann brauche ich noch Bilder oder Filme von der Variante 2. Also, gehe ich jetzt hin und sage, ich drücke wieder die Alt-Taste, wähle mir mein Modell Variante 2, warte bis es reingeladen wurde. So, jetzt ist es aktualisiert. Und jetzt kann ich Bilder und Filme der Variante 2 rechnen. Immer, wenn ich Materialien vergeben habe für die jeweilige Version, werden die auch natürlich entsprechend auf das Modell abgespeichert. Das heißt, einmal texturiert. Ist das Modell immer texturiert? Egal, ob ich es update oder auch nicht. Das war es zu meinem kleinen Tutorial für die Modell-Updates. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, weil es ist immer ein bisschen, natürlich immer ein bisschen kritisch, genau zu erklären, wann lehle ich ein Modell ab oder wann wähle ich eine Variante. Aber in der Praxis, Sie werden es sehen, funktioniert das hervorragend und sehr, sehr schnell. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Tutorials wieder. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017